ich mache mal wieder ein kofferraum ich war bei kars zeigt ganz schnell was ich geholt habe und zwar dreimal von milrahm das porridge mit vollkorn hafer da habe ich drei stück von der dritte ist da hinten in der ecke dann geschenkt gekommen habe ich mal wieder was jetzt abläuft unsere frische milch kann man aber immer gebrauchen sodann sandalbray ich habe für detlef eigentlich am liebsten so die einzelnen stück aber die waren jetzt nicht da dann noch nie gesehen von lang nese twister monster süß und sauer und da habe ich dann direkt zwei stück von mitgebracht dann mal wieder käse leider keinen am stück also keinen rechteckigen für würfelchen aber vielleicht klappt auch mit dem nur für 1 42 dann für mein mann das war für 70 cent der iran die anderen preise blende ich euch ein ich weiß nicht alles auswendig und bei manchen stand auch noch nicht angeschlagen dann von z die große zotterella rolle von baileys snack delight with the taste of babies in cappuccino so hier die fand ich so abgefahren leute fragt mich nicht wie die schmecken oder sonstiges ich habe die nur mitgenommen packaging yummy yeah super mario was ist das weil luigi und mario okay ich kenne eigentlich mario okay ich habe keine ahnung leute ich werde sie aber probieren dann weil meine tochter und ich die gerne mögen ich hoffe meine tochter mag die immer noch von rollos die schaum rollos mit kokos die waren jetzt für 1 20 deswegen habe ich direkt vier stück mitgenommen man sollte es nicht glauben oder ich war jetzt gerade das video fertig am machen und was darf ich dann entdecken das hat dann nach einer minute 55 nicht weiter aufgenommen ich hatte kurz stopp gemacht weil ich die den 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 karton von aldi nach vorne holen wollte habe gequaselt gequaselt gezeigt gezeigt was soll ich euch sagen ich sehe gerade ich habe gar nicht aufgenommen also das heißt ich zeige euch die sachen jetzt hier es geht wieder weiter aber wundert euch nicht wir sind ja nicht mehr beim auto also weiter geht es wie gesagt mit einem kasseinkauf und zwar von laien die cerealien dann nesquik schokobald und joghurt dann für den männer wieder ein st albre ich habe zwar lieber die die so in einzelnen portionen da halt drin sind aber was nicht da ist es nicht da und 1 60 ist immer noch ein mega preis so da habe ich jetzt den karton nicht mehr von weil ich hatte das natürlich auch schon in gefrierer gepackt ja so das waren die hawaii baguettes dann wieder den von jumbo den eis cappuccino dann von kaufland ein latte espresso und dann zweimal von immer gut den eis koffee der hat super wenig nährwerte also da war ich dann total begeistert und auch einmal erdbeermilchschick das ist kars das packe ich eben jetzt mal schnell wieder rein und dann geht es da weiter und da man soll es kaum glauben es gibt was gesundes aber jetzt war der einkauf diesmal ja gar nicht so ganz ungesund so und zwar platt nektarinen also wie gesagt das ist jetzt hier von aldi mein kleiner mini einkauf platt nektarinen dann einmal die normalen birnen dann die wattestäbchen die kommen jetzt auch mal direkt raus die müssen nämlich nach oben ja und da ich im moment wie ihr mitbekommen habt öfters schon mal so haferflockentage habe habe ich jetzt die mitgenommen ich war erst hin und her überlegen da könntet ihr mir übrigens mal einen ratschlag geben unabhängig davon ob ihr diabetiker typ 2 seid oder nicht sondern einfach diese haferflocken gibt es ja bei aldi oder auch bei anderen läden ja noch als bio vollkorn haferflocken so und hier steht ja auch jetzt haferflocken mit der kraft des vollen korns welche sind jetzt besser macht das wirklich irgendwie einen riesen unterschied jetzt so ja oder dann vielleicht doch die frage sondern die diabetiker macht das einen unterschied ob ich jetzt die zarten haferflocken zu mir nehme die ich definitiv etwas leckerer finde oder die tatsächlich die bio vollkorn wäre super wenn ihr mir da mal einen ratschlag gebt oder vielleicht ist ja auch irgendein diabetologe unter euch so und dann hier das milde das finde ich einfach mega weil das wirklich lange weich bleibt und das schmeckt mir weil ich habe immerhin so eine phase ich mag kein brötchen mehr essen weiß nicht was los ist und auch beim brot bin ich unheimlich egelig geworden vielleicht liegt daran weil ich jetzt so viel hafer immer esse so klaverflocken so das war jetzt mein einkauf so und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch wünsche euch noch einen schönen tag abend wie auch immer und dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss